Dann würde ich gleich dieses Burschen haben und dann können wir uns bei der nächsten Kommen wegdrücken, dann sind wir schneller. Können wir machen. Und ihr müsst gucken, dass ihr da nicht die Fist of Furies hinter dem Grab trinken wollt. Wäre nice, wenn der Schumann so lange in dem Zeitpunkt wär und wir Bürsten irgendwas trinken. Können auch die hinten kämpfen, oder? Ja. Ne, die Kuppel, man. Wenn die Kuppel kommen, das ist ein Wahnsinn. Dann sind wir alle im Silence, wenn wir hinten kämpfen. Ja, halt Shadow-Gain. Wie geht's, dass ich hier hinten stehen kann? Ja, halt Shadow-Gain, damit rechnen die nicht. Versuch uns Schalme zu schieben. Lass ihn mal nicht reinblasten. Ja, Schalme steht hinten. Ich schiebe ihn, okay? Schnaufe und Shadow, ja. Hat Grounding? Grounding steht. Haben wir Solarbeam? Ich schiebe Schalme voll. In Silence. Ich schiebe Schalme dann nach voll. Hat voll schieb. Hab's dann. Hat Triggered. Schalme geht dann nach innen. Äh, Shadow-Man natürlich. Nice, 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 nice. Nice, nice, nice. Hat, 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 hat Counter-Blanket. Hat Lifestop. Offen Monk. Ich bin 4, ich bin 4. Ich krieg Sci-Fi nicht down. Guter Opener. Hot, schnell. Shadow, Zeig. Ich zieh ihn nach hinten hier. Äh, wir können in 20 Sekunden auf den Schalme damit sie lesen. Ich hab, ich hab, ich hab Paralyse, ich hab Paralyse. Ich schiebe Monk weg. Ja, du bist, guck, du bestehst ein bisschen zu weit. Ja, ja, ich schiebe Monk weg, ich schiebe Monk weg. Ich bin auf den Shadow. Hab, ich zieh gut. Shami geht stein, gib ich stein. Ich kann nichts, ich hab nichts für ihn. Das Problem. Der steht nicht gut. Dann Shadow, Shadow. Monk kriegt ein Zeig. Shami caught an Blanket. Ich kick ihn rein. Hab ihn reingekickt. Ich bin 4. Ich will das. Ich schiebe. Ist mein gefaked. Ich schiebe Shami. Ich schiebe Shami full. Hat gelauntet. Monk hat Zeig, Monk hat Zeig. Hat Full Schieb. Hat Full Schieb. Ich ziehe Shami auf den Monk. Auf den Shadow mein ich. Ich bin safe. Ich hab das gebraucht. Ich zieht sie jetzt auf den Shadow. Ich reshiebe. Bleib dran, bleib dran. Ja, ich bin Full dran. Halt reshieb. Halt stehen Monk, der ist LS. Ich bin Zeigler. Ich bin Zeigler. Halt dran, ich bin Zeigler, ich bin Zeigler. Der wird uns zurückgegriffen. Der wird uns zurückgegriffen. Glaube ich. Nee, wird er nicht. Ich schiebe den Shadow. Shami jetzt für Deep. Komm, mach was. Zeigler, Zeigler, Zeigler. Please. Ich schiebe Monk full. Wtf. Nö, klingt gar nicht. Ich hab... Ding ist down gleich. Ding down. Egal, weiter, weiter, weiter. Die haben nichts mehr. Die haben jetzt gar nichts mehr. Ich bin Paralyse. Muss ich geblocken? Ich geh dich mit, ich geh dich mit. Nein, ich geh dich mit. Nee. Ich schiebe Monk kurz. Ich schiebe Shami full. Ich hab so richtig rausgeholt, glaube ich. Nee. Aber er macht das Spam. War scheiße. Wir werden gleich nochmal mich versuchen. Growning ist raus. Die haben alles an. Die haben alles an. Ich ziehe ihn gelassen. Ich schiebe Monk kurz. Ich bin Monk gefehlt. Nee, ich will nur ziehen. Das läuft gerade alles bei denen. Warum soll ich das geziehen? Ich schiebe einen Shadow weg. Ich schiebe einen Shadow weg. Ich schiebe einen Shadow weg. Ich versuche dich zu gegenzeilen. Monk hat Psych. Ich schiebe Shadow. Ich schiebe Shadow. Ich bin interrupted. Der will vieren. Ich counterblanket ihn. Hat counterblanket. Der Monk hat noch alles laufen. Ich schiebe Monk. Hex auf jemanden. Ich bin Hork. Bist raus. Alter. Ich bin Hex. Ich schiebe jetzt den Monk. Ich bin interrupted auf der Kahn. Ich wute den Monk. Ich wute den Monk. Shadow kriegt einen Psych. Ich schiebe einen Shami. Wir könnten auf den Shami. Wir könnten auf den Shami. Kannst du? Der ist schieb. Der ist schieb. Na go. Dann go. Ich kann nicht den Monk hutschen. Monk hutschen. Hat getrillgert. Counterblanket von mir. Dollarbeam. Blindet immer. Kann nicht supporten. Ich schiebe Shadow full. Shadow Cyclor. Ich bin stunned full. Muss auf den Shadow hier. Muss auf den Shadow. Monk kriegt Wut. Ist gewutet der Monk. Gewutet? Legt umrum. Kriegt einen Cyclor noch im Anschluss. Ich schiebe Shami, wenn er nicht wartet. Shami full schiebt. Der ist so schlecht. Pass auf. 4 Start. Ich schiebe Monk. Ich schiebe Monk. Ja, sorry. Perflex. Shami kriegt einen Cyclor. Monk steht ohne. Ohne ist es durch und rum. Shami keine. Kannst du was mit Shami machen? Ich kann den Hutschen jetzt. Ja. Okay. Ich ziehe Huldons. Ich habe Silence. Achtung. Ich schiebe Monk weg. Hat gejögert. Ich bin's viert. Ich bin in Paralyse. Ich block hier. Block, 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 block. Machst du space weg. In Winshirt. Shadward in line. Shadward in line. Shadward in line. Shadward kriegt einen Cyclor. Hacks, 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 hacks. Warte, 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 warte. Eine Sekunde. Ich habe Solo in my body. Wir können auch shamen nochmal. Ja, ja. Der Shami trinkt nicht. Ich bin auf dem Shadow hier kurz, weil ich hier nicht an gerade an komme. Monk hat Zeit. Monk hat Zeit. Shaming is low. Shaming is low. Ich komme auf den Shami durch. Ein Pad ist leider der Scheisse. Alle im Ring. Ich bin viert. Ich will das. Kannst du richtig spenden? Ja, ja, ja. Ich debaier den Monk. Äh, den Shami. Ich bin in Hardoff von Shami. Der fällt. Please. Monk hat. Damage. The fuck. Soft-Counter nochmal. Ey, please. Monk ist dann. Monk ist dann. Ruhe, bleib dran, bleib dran. Es ist nicht kurz zu Shadow. Ich muss erst mal toppen. Der muss jetzt mal droppen. Der hat die ganze Zeit auf 2%. Schattengeist auf dir. Soft-Counter. Ich babbel es. Mein Pad ist viert. Sicher hast du eh keinen Block mehr, oder? Natürlich habe ich Block. Monk hat Zeit. Okay, scheiße. Dann los. Ich bin einmal geblockt, bis das ganze Game hier war. Ich schiebe den Shami voll. Äh, ich hätte Monk nicht. Shadow kriegt noch nen Zeit. Ich will keine Bubble mehr. Jetzt muss ich. Konstant. Ja, dann müssen den Shadow jetzt machen, dann kriegst du. Shadow hat inline. Monk kriegt nen Zeit. Ich schiebe gleich den Shami voll. Wie lange hast du siebt, so oder wie bist du gleich ready? Ich habe jetzt alles ready. Aber ich will den Shami noch mal schieben. Shami voll schieb jetzt hier. Sand-Tunem. Shadow kriegt nen Zeit. Shadow hat nen Zeit. Hops nen Zeit. Silenced. Unglaublich. Ich schiebe. Ich bin Stunt. Wim ist durch. Monk Zeig. Eine Sekunde. Hex. Habt ihr. Habt dich. Biss ich raus. Paterstone. Monk hat den Hut. Hat ein Display bekommen. Das Ding ist nur noch an mir. Ich muss den noch hinterher ziehen hier. Wann können wir wieder? Shadow Zeig. Shadow Zeig. Ich bin auf nen Monk hier kurz. Wann können wir wieder was? Können jetzt jederzeit. Ich hab 5 Sekunden alle. Oh, Shadow. Hat der noch das Birken der Shadow? Ja, wahrscheinlich wieder. CTD? CTD. Ja, dann müssen wir Shaman machen. Den haben wir dann. Kurze Sekunden. Ich hab's ja keine großen Code. Shadow in einen, Shadow in einen. Schieb Monk, Schieb Monk. Bin auf den Shadow hier. Monk, ich wie schieb Monk. Wie schieb jetzt Monk. Grounding. Wie schieb Monk jetzt. Ich bin viert. Ich triggere das. Schieb Monk jetzt. Ich bin erupted auf nen Mage. Ich hab ihn nochmal zurückgekickt. Schieb Monk jetzt. Kannst du auf nen Charmi jetzt? Ja. Warte, warte, gib mir ne Sekunde. Du musst jetzt die Typen. Quatsch Monk. Ich bin voll... Ich bin... Ich kann nichts machen. Incapacidated ohne Ende. Ich auch nicht, mann. Shadow at Counter Blanket. PLEASE. Ich versteh's. Beim nächsten. Beim nächsten. Ich hab's gleich cool noch. Beim nächsten Typen ist er tot. Ich hab alles ready. Ich hab's die Sekunden. Monk hab Zeit. Ich hab Zeit gerade alleine. Bin auf den Shadow. Ich bin auf den Shadow. Ich hab's hier. 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 Monk ist hootet. Hacks. A-line. Hecks inline. Ich bin silenced. Shadow kriegt noch nen Cyg. Monk kriegt noch nen Cyg. Ich schieb nen Charmi vorhin. Hast du einen Namen? Ich bin auf nen Monk hier. Ich meine auf nen Shadow. Ich bin silenced. Hab gefaked hier erstmal. Mast ist mir durchgekommen. Sona wie mit 10 Sekunden noch ein bisschen damage. Ich schieb Monk kurz. Mach kurz ruck auf Shadow. Aber ohne Deep. Mit Deep switchen wir auf Shaman. Ja cool. Ich hab's hier. Ich hab Wildnis an. Ich hab Wildnis an. Jetzt sind wir erstmal safe. Ich schieb Monk weg. Äh ja. Ich schieb Monk weg. 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 Verbesteter. Ich bin viert. Ich hab Monk. Ich hab'n Monk. Ich hab'n Monk. Ich hab'n Monk. Ich hab'n Monk gefaked. Kommt der nicht da rein wieder? Hatsch ihn jetzt den Monk. Nein. Das war Pehlen. Hä? WTF? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht mehr durch. Ich hab' auch schon durch. Ich hab'n Shadow sofort. Ich hab'n Shadow. Ich hab'n Shadow. Du kannst riefen. Ich trinke das rausnehmen. Ich versuche jetzt echt. Ich versuche jetzt zu trinke. Ich schieb Monk. Ich schieb Monk. Ich schieb Shadow. Ich schieb Amy Shadow. Ich trinke jetzt. Ja okay. Ich schieb, ich schieb Shadow. Nee, der guck's dir an wie er hin jumped. Ich schieb'n Genobart, aber... Ich hab'n Genobart, aber... Weil ich den Monk kenne. Aber der ist natürlich nicht zu früh. Ich schieb'n jetzt. Go ey. 80 Sekunden zu Lobby, den macht man den. Dort liegt schon mal auf diese vor. Ich hab 5 Sekunden. Achtung kommt damage. Noch ein Maske. Monk hat kurzer Zeig. Ich schiebe Monk. Monk kriegt Hoots. Ich schiebe Shadow. Muss downen. Ich bin halt komplett droppen. Ich bin komplett Stunt hier. Irgendwas mit Zeig 0 ist wieder ready auf dem Monk. Was wieder machen. Ja, du bist rot rot rot. Block. Ich hab... Oh, fuck it. Fail von mir, sorry. Ich hab geblockt. Du bist schnell gegen Hansel, du brauchst der Schamifull. Ich schiebe den Schamifull. Ich bin auf dem Monk. Wir können entweder bepeilen noch ne Minute. Dann hab ich alles ready. Dann machen wir zusammen noch mal Druck auf Shaman oder auf Shaddle. Oder wissen wir nicht. Ich schiebe Monk weg hier. Lass einfach Druck machen. Ich geh vorbei. Ich lauf raus. Ich kling die rein. Ich zieh CD's. Diepen hier. Hat getriggert. Counter Blanket. Ich hab kein Block mehr. Es rafed worden. Passier ringen. Verde mich nochmal. Ich schiebe Monk Shadow. Bin auf den Ehle hier, auf den Shami hier. Ich bin Shadow. Ich bin Shadow. Shami counter Blanket gleich. Ich bin Silence voll. Ich hab nichts, hab nichts, hab nichts. Ich hab auch nichts. Ich hab gar nichts mehr. Shadow inline. Schiebe Monk full. Ich hab ja 3 Sekunden cooldowns. Dann muss der Shami fallen. Wir müssen das so lange rausnehmen. Versuch mal zu saufen zu gehen. Ja, kannst du mit Invis kommen irgendwie, Shami? Mage, damit du mit die Cops wegkommst. Nicht wenn ihr mit Hand stickt. Ich hab Dots drauf. Ich kann den Speedpuff noch geben. Der dringend ist der Shami. Kannst du dich aufhalten. Seifen steht auf wieder. Wir müssen wieder Druck machen. Ich schiebe Monk. Ich schiebe Monk. Ich hab jetzt fürn Shami. Ich kann aufn Shami. Das ist nur der Shadow, man. Ich schiebe Shami hier. Ich schiebe Shadow weg. Kannst du aufn Shami jetzt gehen? Yo. Ich dieben jetzt hier. Mit Shadow. So, weiter. Gib mir Minibubble, bitte gib mir eine Minibubble. Ich kann nicht durchpassen. Ich bin auch vollstand. Kannst du aber auch mit Minibubble nicht durchpassen. Klaaaar. Ja klar. Nein. Der Monk... Der Monk ist ein Minibubble, aber ey. Guck mal, der hat sich gut an so einen CT, also. Pass auf, die ihn... Floggt. Ist weg. Keine Ahnung, ey. Ist nicht weg. 2 Minibubbles und ich eine Minibubble gekriegt hier. Kann ich einmal durch. Also alle Minibubbles kosten, ich weiß. Ja, aber das... Shadow inline. Ich kann den Monk durchpassen. Bin aufn Shami hier. Nein, der kann ich trotzdem kicken. Ich dieb'n Shami hier. Erstmal Lego. Lass auf Shadow gehen. Ich hab' keinen Rock für den. Ich schieb'n Shadow Monk weg. Monk-Rick-Zeig. Versuch jetzt zu trinken. Ich hab' keine Nummer für ihn. Ich schieb'n nur. Ah. Keine Nummer. Ich bin 4-Full. Okay, dann ich muss auch hinten raus und ich krieg'n 4-Full-Full. Die Spell noch mal. Wir sollten noch mal nach was dann. Die hat schon alles gepurrt. Baff ununterbrochen da. Alle 10 Sekunden oder so. Ja, wir sind... Ich... Ich weiß gar nicht was passiert. Ich hab'n CD's ready. Ja, ich aber nicht. Ist egal. Ja, kein trotzdem. Egal. Muss wo... Ich schieb'n Monk. Monk-Rick-Zeig. Monk-Rick-Zeig. Ich hab'n Full-Silence. Ich hab'n Block mehr. Ich hab'n Block mehr. Shadow inline. Ja, Shadow hat getriggert in inline. Ich schieb' Shami-Full. Shadow krieg' Zeig. Könnte jetzt auf'n Shami dann. Ja, dann mach'n Go. Steven hier. Ich bin full-stun für Monk. Ich hab' auch ein Aura-Mas-Ref-Ansiv-Stun, wenn du weißt. Ja, bitte. Holstein oder sowas. Ja, bin ich wieder am Stun. Holstein! Holstein! Ich hab'n Blanket noch. Hard getriggert. Live-Stop, Switch-Shadow. Live-Stop, ja. Beim nächsten Armand. Ich hab' eine Minute Miss-Crewdans. Ich hab' eine Minute Miss-Crewdans. Ich hab'n nächsten 10 hatten wir ihn schon. Full-4. Ich hab'n bisschen Mana gekriegt. Ich hab'n bisschen Mana gekriegt. Er war auf 5% dreimal oder so. Ich schieb'n Monk weg. Ich schieb'n Monk weg. Zeichen steht. Mit 4. Ist down jetzt. Ist weg. 5. 5 Sekunden Miss-Crewdans. So lobby mit 25. Ich hab'n Block. Ich hab'n Block. Ich hab'n Chardin minde. Ich opf. Ich einzab otros. Willen denn schon pleiteEN? Ich hab'nUNG-CHARoll. Ich hab'n Pal-5-3 oder im Dein E1-G consideration. Ich play Hand-Z Der CD ist ready. Auf dem Finchami meine ich. Ja, der steht gut. Ja, sorry, der stand einfach zu gut gerade. Der stand gerade zu gut. Ich hab schon gezogen. Aber du musst... Warum machst du beamen nicht auf ihn? Warum machst du beamen nicht auf den Schamane? Ja, wenn du jetzt sagen willst, du darfst ihn immer ziehen, wenn ich noch nicht ready bin, weißt du? Ich musste gerade, der stimmt. Ja, egal, ich muss nur sofort. Ich schiebe einen Monk full. Ich hab aber schon auf der Reddy, weil nächstes Runde blickte. Ich bin full silenced. Ich geh dich mit. Schiebe Shadow. Mana tight. Ich ruhte den hier. Schiebe Shami, wenn ich behauptet werde. Ich bin auf dem Shadow hier. Shadow in 9. Wie schiebe Shami? Danach kriegt Zeig. Abzeig. Ich bin hier. Ich muss auf eine Sekunde Zeig nehmen. Scheifegeist, alles auf mir. Ich hab keine Counter. Du kommst zu mir, ich hab noch Milchstand. Ich hab noch Blanket. Ich schiebe Monk weg, ich schiebe Monk weg. Ich bin incapacitated. Ich schiebe Monk jetzt so. Ich schiebe Monk jetzt so. Ja, da muss ich noch zwei Heels gehen. Wir müssen Shadow rausnehmen. Keine. Und so. Und so. Und so. Und so. Ich bin ein Shadow-Kill-Target machen im Grunde. Oder Shami natürlich halt. Shami, alter. Ja klar. Also ich schiebe Shadow. Kannst du rein? Ich schiebe Shadow. Ich bin ein Stunt von Monk. Ich geh mit Trink. Und da. Und so. Ich schiebe den Shadow nochmal. Der will feiern. Bis zum Shami. Bis auf den Shadow, glaube ich. Weil der will in so ein Fahrladfieren. ne, Shami. Ok. Ich bin in Shami dran. Ahh, f**kit. Der Peer-Targetat bis auf wegen... ...Wer da zeigt... Ich bin in Paralyse. Dann komm ich ja nicht mehr mit dran. Ich bin Stunt hier, voll. Okay, ich muss dich aber... Ich muss ihn nach hinten ziehen, ich muss ihn morgen nach hinten ziehen, glaube ich. Ich muss ihn morgen nach hinten ziehen, glaube ich. Ich stell euch in line. Das ist ein bisschen blöd, lass mal ein bisschen Defensive spielen, das brauchst du nicht. Müssen wir auch ein bisschen Porsche auf den Punkt machen. Das ist so, dass er einen Tracer ziehen muss. Kein D. Treff hinter. Das sind vier. Ein bisschen ausfassend auf Tim Steiff hinter. Und geht an mir ran. Ich schiebe einen Shami vorhin. Ich bin auf den Shadow hier. Kannst du was mit... Ja, Shaman, Shaman, jetzt Shaman. Ja gut. Okay. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich musste jetzt erst. Ich war grad in line. Ich hab Cold Snapped. Ich musste dafür Cold Snappen. Boah, das war jetzt echt Bananen, ey. Haben wir cool noch rausgenommen und haben ja geswabt. Hex. 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 Schaum corona blanket. bolt R better though. Ja, das war bei der Ahnung, dass wir die Crew-Lands nicht durchgerückt haben, ey, da hätte irgendeine Medi-Bubble oder sowas kommen müssen. Ne, Moment. Oder Aura-Mustry. Ja, keine Ahnung. Ne, aber auch. War ein bisschen scheiße auch. Hab mich noch watschen lassen, einfach nur. Ja, müsst ihr halt sagen, ne, oder? Mach mal Shadow-Profo. Hast du was für ein... hast du ein Cycon? Ich hab ein Stun, ich hab ein Stun, der ist ein Solar-Bium. Ich kann nicht Cycon, wenn ich aus dem Stun rauskomme. Ich dieben-Shadow hier. Ach, Cycon. Du musst hier vielleicht Persons, Dispersion ziehen. Ja, Musse ist Persons, also tot. Ich hab Silence. Ich bin andererseits, ich bin andererseits, ich hab keinen Block wie oft noch. Monk-Krieg, Zeig. Sorry. Mal Scorning, sag, wenn's geht. Okay. Ich hab keinen Block, ich muss den jetzt schon definitiv spielen, ich muss den Monk nach hinten ziehen. Du hast ein bisschen Monk-Crush und dann, wie lange hat Shadow Dispersion? Ist Mana aus, Mana ist okay. Ich schieb ein Shami gleich voll. Und dann geh ich auf den Shadow. Shami voll schieb jetzt. Ein Stunt hier, ich bring da raus. Shadow in 9, Shadow in 9. Wir schieb Shami vielleicht, ne, ne. Oh, wund. Ein Stunt. Warum Stunt, pass auf. Sie Monk nach hinten. Was ist der Monk? Was ist der Monk? Was ist der Monk auf die... Pass auf, pass auf, pass auf. Der hat Stunt. Hat mich gepickt. Coollands in 40, Digga. Also ganz großen Coollands bei mir. Wie lange hat der Monk noch die Spursion zu dir? Wisst ihr das? Der Monk? Ne, der Shadow, wie lange der noch die Spursion hat? Ne, der wird noch zu dir haben. Wir können auf jeden Fall... 40 Sekunden noch. Wenn ich sie auf die Shami kriegen, können wir durch... Oh, das Ding. Der hat V4 in Achtung. Der hat V4 in Achtung. Ah, fuck it. Ich bin da weg. Hat mich schiebt. Hat mich schiebt. Hat getriggert. Hat getriggertet. Ich schieb ein Shami. Ich hab den Grownlit. Die gehen auf mich. Ich brauch was. Oder ich muss babbeln. Bubble, bubble, bubble. Ist weg. Counterblanket auf Shami. Hacks auf mir. Ich triggere das nicht. Ich hab keine Müller. Ich ziehe CD's auf den... Ich schieb ein Shami und blinken. Okay, hast du ihn gehotscht. Bin auf den Shadow hier, ne? Bin... Bin... Wir müssen mal kurz... Bissl helfen. Kleinstwissen. Schieb Monk weg. Passt, passt, passt. Oh, der ist noch im Solarbeam. Jetzt knall den Shadow um. Ah, find ich. Ich schieb ein Shami kurz noch. Schieb mir noch Monk kurz schiebt. Ich counterblanket ihn dann noch. Tranket es einfach nur. Machen wir uns in Achtung. Der hat noch Deep. Der hat noch in sie. Trinket es nicht. Ich... Oh, die... Der hau nicht alles alleine runter. Shadow in line, Shadow in line. Ey, bitte. Scheiße. Einfach so... Cyclomer den Monk. Der hat einfach die ganze Zeit DR frei. Der Shadow, komm! Ja, ich hab nichts für den Shami. Ich schieb den Shami voll. Ja, kurz. Ja, Moment. Das ist nicht so low, ey, Alter. Keine Ahnung, ey. Wie gesagt, du musst... Da musstest du peeren einfach. Vielleicht... Wirklich... Der Monk hat die ganze Zeit... Da kriegst du ihm doch dementsprechend, ne? Keine Ahnung. Ja, aber der Monk hat die ganze Zeit DR frei für einen Clown. Ununterbrochen. Ich bin am Dauerclone auf ihn, ne? Keine Ahnung, ne? Wieso? Er hat DR frei die ganze Zeit. Ich seh das doch. Ich seh ja von... Ich seh ja von... Ich seh ja von...